Wir sind heute auf dem Straußenhof Heidekreis. Genau, wie es da steht. Wunderschön, weiß auf grün. Wir machen heute ein westafrikanisches Straußensteak. Dazu gibt es eine Black Garlic Kräuterbutter. Wie wir das Ganze machen, das seht ihr, wenn ihr euch das Video anschaut. Viel Spaß. Für unser westafrikanisches Straußensteak brauchen wir natürlich eine leckere Marinade, die ich jetzt zubereite. Dafür haben wir einmal Salz, Pfeffer. Wir haben jetzt geräucherten, ihr könnt aber natürlich auch normalen nehmen. Waschester Sheer-Soße, Olivenöl, Zwiebel. Wir nehmen noch Knoblauch dazu, wir reiben ihn. Ihr könnt ihn aber natürlich auch fein hacken oder pressen. Und das wird jetzt verrührt. Das riecht voll gut. Und die Waschester Sheer-Soße kommt gut durch und wird bestimmt lecker. Wir bereiten das heute Sous-Vide vor. Deswegen gebe ich jetzt die Marinade in einen Sous-Vide-Beutel. Und das verteilen wir jetzt, damit das Fleisch vernünftig mariniert wird. Die lasse ich jetzt lakumieren. Das Straußenfleisch ist jetzt mariniert und wird jetzt Sous-Vide gegart. Die Kerntemperatur von Straußenfleisch ist ungefähr die von Rindfleisch. Das heißt, auch bei 44, 45 Grad hat man so leicht Rot innen drinne oder sogar noch kräftiges Rot innen drinne. Und das wollen wir später haben. Deswegen haben wir jetzt eine Temperatur von 49 Grad genommen für Sous-Vide-Garn. Dann lassen wir es drei Stunden drinne und werden es dann nur kurz nachher finishen, dass wir dann auf 54, 55 Grad kommen. Und dann haben wir nachher leckeres Steak in einer schönen Kruste, aber innen drinne noch schön rot, so wie es sein sollte. Und deswegen gebe ich es jetzt in den Sous-Vide-Garer rein und wir sehen uns dann in drei Stunden mit dem Fleisch wieder. Für unser westafrikanischen Straußensteak habe ich eine Black Garlic Butter gemacht. Dafür habe ich Butter genutzt, dann noch Datteln, fermentierten Knoblauch, Chiliflocken und Salz. Das Ganze habe ich vermengt und gebe es jetzt für drei Stunden in den Kühlschrank. Ihr könnt es aber über Nacht auch ziehen lassen, das ist umso besser. Wenn ihr keinen fermentierten Knoblauch habt, ist das nicht schlimm, ihr könnt auch normal nehmen. Aber die Butter verliert dann etwas an Geschmack. Und ihr müsst ihn dann reiben oder kleinschneiden, denn dann sind da Stücke dran. Also mit dem fermentierten Knoblauch nicht. Wir stehen vor der Abschlussklasse. Heute machen wir Fleisch und die Abschlussklasse heißt, es geht bald zum Schlachten verdienen. Genau. Also die Farm ist so aufgebaut, dass wir die Krippe haben, dann haben wir den Kindergarten und dann haben wir die Schule. Und da sind vier Klassen quasi drin in dieser Schule. Und hier stehen wir jetzt in der vierten Klasse. Das heißt, dass diese Straußen hinter uns jetzt für die Schlachtung bereit sind. Wie bei uns auch, nach der Schule ist der Spaß vorbei. Genau, dann geht es zum Ernst über. Richtig. Legen die schon Eier oder fängt das dann auch erst später an? Also sind die jetzt circa drei Jahre alt? Ja, die sind jetzt zwei, zweieinhalb in dem Dreh. Normalerweise legen sie keine Eier, aber sind kurz davor. Okay. Das heißt, genau wie die Männchen halt noch keine Farben kriegen, so wirklich. Entschuldige. Ja, er ist jetzt noch, er ist jetzt gerade im Umbruch von der, ich sag mal, Kükenfarbe oder jugendlichen Farbe, grau-braun, wie auch die Hennen, wechselt er jetzt zur schwarzen Farbe. Genau, und kriegt halt auch diesen orangenen oder roten Schnabel und Beine. Wie viel ist denn, die sind jetzt zweieinhalb Jahre alt, wenn man die jetzt zur Schlachtung bringt, wie viel ist denn im Drehland-Sull? Also das Tier wiegt lebend um die 100 bis 110 Kilo. Kann auch mal 120 sein, aber das ist eher selten. Und Fleischertrag maximal 30 Kilo. Also es wird halt nicht sehr viel weggeschmissen, weil wir alles verwerten, aber trotzdem ist es halt, das Hauptding, Fleisch ist sehr, sehr, sehr gering am Strauß. Und das ist halt, warum Strauß auch etwas teurer ist oder etwas mehr kostet. Wenn man schon so lange hat und dann wirklich nur 30 Kilo rauskriegt, dann ist es auch nicht so viel. Aber du verwertest ja nicht nur das Fleisch, du verwertest ja auch eigentlich die Federn, die Haut verwertest du. Genau, ja. Und die Eierschale? Genau. Eigentlich verwerten wir alles, wie du schon gesagt hast, die Haut. Die lassen wir gerben oder die konservieren wir zumindest und geben die konserviert ab oder gegerbt ab. Dann die Federn, da lassen wir Staubbädel herstellen oder für Mode oder wir bauen da jetzt zukünftig auch Lampen draus, Designerlampen. Die Eierschalen, die halt im Schlupf entstehen, Schlupfschalen. Falls ihr euch fragt, wo Machi ist, die ist gerade dabei und macht die Verarbeitung der Eierschale. Genau. Lernt sie gerade an. Da hat sie sehr, sehr, sehr viel Spaß und Gefallen dran gefunden. Ja, da hat sie gar keine Lust mehr gehabt, irgendwie Filme mitzumachen. Und dann haben wir halt noch, man sieht, der Strauß hat viel Knochenbau und dieser Knochen, der wird getrocknet und für die Hunde oder halt auch als Fond ausgekocht. Also da gibt es richtig leckere Suppen, also Hochzeitsuppe, perfekt. Also das ist mit einer Hühnersuppe nicht zu vergleichen. So aromatisch, richtig, richtig gut. Der Hals, der wird auch ausgekocht oder man kann ihn tatsächlich auch grillen. Also die Tiere sind super zahm. Das ist mir wichtig. Die Tiere kennen mich oder kennen uns, weil wir sie halt aus dem Ei rausholen und begrüßen, wenn sie das Tageslicht erwecken und sehen. Bis hin, wir gehen einmal die Woche mindestens mit denen im Gehege Gassi, damit sie zahm bleiben, damit sie nachher zur Schlachtung halt so wenig Stress wie möglich haben, dass sie uns vertrauen. Und ja, das ist einfach ein sehr, sehr schöner Umgang. Und sie sind super, super neugierig. Das sind sie. Was, was ist, ja, positiv, was positiv einwirkt. Zum Fleisch, also zum Fleischertrag. Viele glauben, dass der Strauß Brustfleisch hat, wie eine Pute oder wie ein Hähnchen oder so. Dem ist es überhaupt nicht so. 95 Prozent kommen von der Keule. Und ja, 5 Prozent kommen so vom Rücken, Lendenwirbelbereich. Und der vordere, komplette Brustkorb ist eigentlich fleischlos. Wobei man halt ganz, ganz wenig Fleisch an den Rippen hat. Ja, ganz wenig, aber das ist... Das werden wir gar nicht noch rausfinden. Genau. Das finden wir noch. Da schauen wir noch, wie viel Fleisch da drin ist. Ja, also wir schlachten, wenn die Ware ausgeht, damit die Tiere halt wirklich so lang wie möglich das Leben genießen können und nicht die Kühltruhe besetzen. Das Fleisch war jetzt drei Stunden im Sauvide-Bad, hat jetzt also eine Kernteperatur von 49 Grad. Ich habe den Anzugkamin vorgeheizt und da werden wir es jetzt drauf finishen. Das heißt, von jeder Seite anderthalb Minuten, dann sollte man eine schöne Kruste haben. Hier machen wir das erste Stück drauf. Dann drehen wir es mal das erste Stück drauf und gucken mal nach, wie es aussieht. Ja. Pro Seite eine Minute reicht, vollkommen anderthalb Minuten reicht. Ich habe genug Hitze, da wusste ich nicht mehr. Ah, sieht doch gut aus. Fleisch ein bisschen runter, damit die Fleischsäfte ersetzen. Wir wollen 55, 54 Grad haben, haben es bei 49 Grad zufrieden zubereitet. Das heißt, wir sollten jetzt noch einen schönen roten Kern haben. Wir schneiden es mal an. Gehen wir an. Gehen wir an. Wir haben noch einen Kern, der rot ist. Jetzt wollen wir natürlich noch die Kräuterbutter dazugeben. Komischerweise werden wir auf einmal mehr, ne? Ist das schon aufgefallen? Ja. Gehen wir an die Kräuterbutter dazugeben, damit es ein bisschen schmelzen kann. Also jetzt sieht man auch, wie schön es geworden ist. Dann ist es noch schön rot innen drin. Wer hat die Kamera verstellen? Wer wohl? Mexika! Was? Ich schneide mal eine Tranche ab. So. Genau, das wollte ich auch machen. Einmal die Kräuterbutter durch und... Weißt du schon, wie es schmeckt und musst du noch einen Stück haben? Ich auch. Also ich finde, dass es gleich echt gut ist. Ich warte mal ein bisschen rum. Also wirklich noch einen schönen roten Kern, so wie es sein sollte. Die Kräuterbutter riecht gut, die schmeckt gut. Vielleicht die müssen wir in der Schmack, dass die da drin ist. Sehr gut. Gasgeber, du hast probieren. Willst du mal, du kommst? Also, ich bleib auch da, damit du mein Mikro wieder nehmen kannst. So, schau nach, was wir aus dem Fleisch gemacht haben. Ich habe euch nicht zugehört, was habt ihr gesagt? Das lecker ist. Gut? Warte mal, muss ich noch mal probieren. Das ging zu uns leider auch, wir waren auch nicht hundertprozentig sicher, ob wir dachten. Würze, Konterbutter, wie schätzt du? Sehr geil, die Kombination. Super zart. Genau, also du sagtest vorhin, dass hier es ein bisschen zu durch ist. Ja, ja, dachte ich zu ja, aber das ist noch nachgezogen. Aber das ist richtig gut. Ja, finde ich auch. Und man kann es wirklich so noch zu essen. Also 49 Grad, so wiegt, und dann finishen von jeder Seite eine, anderthalb Minuten und kommt auf die Stärke an, die ihr drauf habt. Ja, das ist perfekt. Was haben wir hier? Das ist aber noch ein bisschen Grillgemüse, ob das ein bisschen schöner aussieht. Finde ich auch gut. Ein bisschen Fenchel, ein bisschen, wie heißen sie denn? Frühlingsfrieren, Käse, Tomaten. Aber so als Beilage dazu, damit es nicht nur Fleisch ist. Ich meine, ich habe mal was. Mal probieren, mein Lieber Marc. Ja, mach das, wenn du schon zufällig hier bist. Das ist ja auch, warum ich meine Hungen soll nicht mehr. Super lecker. Das wollte ich hören. Das ist ein wunderbar. Ja, Meika auch. Meika hat die Marinade gemacht. Meika hat die Butter gemacht. Meika hat alles gemacht. So machen wir es ja eigentlich immer. Hier kommt ihr zum T-Bone-Steak. Das ist sehr, sehr lecker geworden. Guckt es euch unbedingt an. Hier ist unser Abonnier-Button. Den könnt ihr gerne drücken. Unten könnt ihr die Glocke aktivieren. Hier kommt ihr zu unserem Kanal, wo ihr euch das Rezept angucken könnt. Und hier ist ein weiteres Video. Immer bei Dortmund. Das ist das Sohn. Bis dann. Tschüss.